Moin Moin, ein ganz herzliches Hallo zur vierten Spieltagsprognose der ersten Fußball-Bundesliga. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr in den Kommentaren fleißig mittippen würdet. Es steht jetzt auch in Kürze die englische Woche an, das heißt, ja, viel Fußball auf jeden Fall. Ich will gar nicht lange rumschwafeln, nur nochmal daran erinnern, es ist nur eine Prognose und ich bin kein ausgebildeter Kommentator. Bedeutet, Sprachfehler etc. sind durchaus mal denkbar, aber fertig mit dem Gelaber jetzt geht's los mit Stuttgart gegen Düsseldorf. Viel Spaß dabei. Der VfB Stuttgart möchte jetzt endlich den ersten Heimsieg einfahren. Fortuna Düsseldorf ist als Aufsteiger hingegen mit vier Punkten nach drei Spielen sehr gut in die Saison gestartet. Wir springen in die vierte Spielminute, weiter Abstag von Michael Rensing über Baumgartel. Der Stuttgarter verlängert den Ball zu Morales und dann geht's schnell. Plötzlich ist Jean Zimmer relativ frei im 16er und macht das 1 zu 0. Der rechte Verteidiger eigentlich nicht dafür bekannt, im Abschluss richtig abgezockt zu sein. Hier macht er super und schließt früh ab zum 0 zu 1. Aber Stuttgart ließ das nicht lange auf sich sitzen. Shadrack, Arcolo auf Castro und Gomez auf Rensing. Und irgendwie fällt der Ball ins Netz. Zwölfte Spielminute, der Ausgleich war gemacht. Gomez, der schon gegen Freiburg doppelt getroffen hatte, macht hier das nächste Tor. Aber diese Partie gab zur Anfangsphase keine Verschnaufpausen. Hoven Hennings über die linke Seite mit der Flanke und da ist Luque Bakio, der den Elfmeter verwandeln konnte. Zum Sieg gegen Hoffenheim scheitert hier per Direktabnahme. Es war eine tolle Partie an diesem Freitagabend. Stuttgart möchte ja unbedingt den ersten Heimsieg. Das sah man und dann kamen aber wieder dadurch Kontermöglichkeiten zustande. So Bodka ist das und letztendlich der Abschluss von Ruven Hennings. Aber noch etwas zu harmlos. Es stand weiterhin 1 zu 1. Düsseldorf machte wirklich eine gute Partie. Friedhelm Funkel hatte es mal wieder geschafft, seine Mannschaft richtig einzustellen. Halbe Stunde jetzt knapp von der Uhr. Gonzalo Castro um ein Haar mit dem 2 zu 1. Der VfB kratzte hier in dieser Situation an der Führung. Vor der Pause aber nochmal eine Möglichkeit für den VfB. Shadrack, Akolo ist das wieder. Sehr auffällig. Eine Körpertäuschung. Christian Gentner, Shadrack, Akolo. Und was für ein Treffer. Doch noch das 2 zu 1 vor der Pause. Die Fans freuten sich hin. Trifft er haargenau und dann sitzt er unter der Latte. Doch Düsseldorf ließ sich davon nicht beeindrucken. Der zweite Durchgang wieder richtig gut von den Gästen. Nico Gieselmann. Aber erstmal in der Situation etwas zu überhastet. Da wäre mehr drin gewesen. Vielleicht hätte er den Ball in die Mitte legen sollen. So geht er noch etwas deutlicher vorbei. 60 Minuten jetzt von der Uhr. Weiterhin Düsseldorf. Hier eher die spielbestimmendere Mannschaft. Und das ist wieder Nico Gieselmann. Legt zurück Morales, Zieler und Hennings staubt ab. Dass er in der zweiten Liga höchst erfolgreich ist, das konnte man ja schon sehen. Aber jetzt trifft er auch das erste Mal in der Bundesliga in dieser Saison. Ruven Hennings mit dem 2 zu 2 der VfB Stuttgart. Wachte dadurch aber eher wieder auf. Santiago Ascaciba, Hakolo, Gentner und der ist ebenso eisig kalt. Das ist vielleicht die Abgezocktheit eines etwas etablierteren Bundesligisten. Christian Gentner macht die Dinger. Dann Rhein-Düsseldorf zu häufig mit dem fehlenden Glück im Abschluss. Es gab nochmal eine Möglichkeit. Morales, Ruven Hennings, Ruven Hennings. Macht fast den Doppelpack. Aber Ron-Robert Zieler hatte etwas dagegen. Sah beim Spiel gegen Freiburg bei zwei Treffern wirklich nicht gut aus. Sichert hier seiner Mannschaft aber den ersten Saisonsieg. Eine tolle Partie am Freitagabend. Düsseldorf hätte sich mit der Leistung definitiv einen Punkt verdient gehabt. Aber Stuttgart war eben etwas abgezockter. Die Niederlage beim FC Bayern München war noch irgendwie verkraftbar für die TSG. Auch wenn die Umstände unglücklich waren. Bei Düsseldorf wollte man aber definitiv den Dreier einfahren. Dortmund hingegen ist gut in die Saison gestartet. Und das brachten sie auch hier von Beginn an aufs Feld. Vierte Spielminute. Marco Reus mit dem 1-0. Der Gästeblock tobte. Und Oliver Baumann musste schon das erste Mal hinter sich greifen. Dortmund dominierte die Anfangsphase. Paco Alcacer auf Wolf. Super weitergeleitet. Reus ist noch dran. Kommt aber nicht mehr zu 100% zum richtigen Abschluss. Sodass Baumann das 0-2 verhindert. Er war der Einzige der hier von Beginn an auf Zack war. Hoffenheims Hintermannschaft wirkte etwas verwirrt. Halbe Stunde jetzt gespielt. Weiterhin nur Dortmund am Zug. Thomas Delaney. Paco Alcacer zurückgelegt. Der Hut mit dem Abschluss. Baumann vor die Beine von Marius Wolf. Und der lässt sich nicht zweimal bitten. Letzte Woche schon gegen Frankfurt getroffen. Und jetzt macht er hier innerhalb einer Woche seinen zweiten Saisontreffer für seinen neuen Verein. Oliver Baumann mal wieder bedient. Fünf Minuten vor der Pause kam dann Hoffenheim mal. Kramaric verlängert mit dem Kopf. Aber Bürki macht das ganz cool. Und nimmt den Ball in die Hände. Vor der Pause aber auch dann nochmal Dortmund. Und das ist wieder Marius Wolf. Dem wieder der Ball vor den Fuß fällt. Und er wieder das Ding macht. Eisig kalt. 0-3 zur Pause. Was für eine Partie. Dachte man. Nochmal eine Aktion von Dortmund. Da Hut. Zweiter Pfosten. Brun Larsen. Und für Hoffenheim brach jetzt erstmal die Welt zusammen. Es war unglaublich, was sich hier abspielte. Baumann mal wieder bedient. Zweiter Durchgang. Es gab die Riesenmöglichkeit in der 49. Für Thomas Delaney zum 0-5. Vogt war aber dazwischen mit der Hacke. Und verhindert das mehr oder weniger mit etwas Glück. Dann wachte Hoffenheim tatsächlich auch mal auf Nico Schulz. Auf Kramaric. Aber da ist Bürki erstmal dazwischen. Und verhindert das 1-4. Die hatten jetzt Lunte gehochen. Die Sinsheimer. Irgendwann musste es ja auch mal losgehen. 57. Minute. 1-4. Hier Florian Grillitsch. Bis dahin war es eine miserable Partie. Der Sinsheimer. Wie man ja auch am Ergebnis sehen konnte. Stunde jetzt gespielt. Adam Scholloy auf Kaderabek. Einmal weitergeleitet. Bittenkurte stand 2-4. Es war eine wahnsinnige Partie. Und es war ja noch eine halbe Stunde für die TSG hier. Vielleicht sogar auf 4-4 zu stellen. Dortmund hatte ja eine Halbzeitführung in der letzten Saison. Einmal mit 4-0 noch aus der Hand gegeben. 20 Minuten noch auf der Uhr. Adam Scholloy. Grillitsch. Durchgesteckt auf Kramaric. Der Kroate macht es diesmal besser. 72. Die Hoffnung war wieder da. Es war eine unglaubliche Partie. Und Bürki musste seine Vordermänner erstmal wieder ordnen. Wieder Nervosität bei den Dortmundern. Kramaric auf Joel Linton. Und dann Scholloy mit der Riesenmöglichkeit. Schießt aber Bürki an. Der macht das überragend. Macht sich da groß. Und hat Glück, dass er im Oberschenkel getroffen wird. In der Nachspielzeit. Dortmund dann mehr Platz vorne. Und die Entscheidung von Marius Wolf. Der Mann des Tages. Drei Dinger. Und in der 92. Minute war dieses 3-5. Dann die Entscheidung. Ein denkwürdiger Samstagnachmittag. Endet mit einem Schrecken für Dortmund. Aber eben nur mit einem Schrecken. Und dennoch mit drei Punkten. Um ein Haar hätten sie diese 4-0-Führung aus der Hand gegeben. Marius Wolf sorgte am Ende für ein reines Gewissen. Dortmund gewinnt mit 5 zu 3. In der Wirsoll-Rhein-Neckar-Arena. Und Hoffenheim startet mit drei Niederlagen. Und nur einem Sieg in diese Saison. Kann man als Hertha BSC mit dem 2 zu 2 in Wolfsburg leben. Mit nicht ein 2 zu 1 in der 90. Minute noch ausgeglichen bekommen. Ist sicherlich ein herber Rückschlag. Borussia Mönchengladbach ist aber mit 7 Punkten ebenso wie Hertha sehr gut in der Tabelle zu finden. Ganz oben nämlich. Und die Anfangsphase erstmal von den Fohlen bestimmt. Erste Möglichkeit hier aber noch etwas fahrlässig vergeben. Zehnte Minute dann. Hertha auch im gegnerischen Strafraum und im gegnerischen Tor vor allem der Ball. Elfte Spielminute. Weder Divisovic am ersten Spieltag hat er gegen Nürnberg schon getroffen. Jetzt macht er hier seinen nächsten Treffer gegen Jan Sommer. Der chancenlos ist. Aber Gladbach ließ sich davon nicht beeindrucken. Und Hazard mit diesem wunderbaren Tor. Siebzehnte Spielminute. Die Partie war ausgeglichen. Und das war auch nach diesen 17 gespielten Minuten absolut verdient. Aber Hertha wollte sich nicht lange bitten lassen und kam dann wieder Salomon Kalou. 21. Minute stand 2 zu 1. Es ging wirklich hin und her. Es hätte auch schon deutlich höher stehen können zu diesem Zeitpunkt. Noch nicht mal eine halbe Stunde gespielt. Und Dilrosun macht das 3 zu 1. Das 28. Sein zweites Saisontor. Wieder Sommer ohne Chance den abzuwehren. Im zweiten Durchgang dann die Möglichkeit für Hertha diese Partie mit dem 4 zu 1. Schon vorzuentscheiden. Meier verzieht aber diesen Ball und kriegt den nicht komplett perfekt gesetzt. Und so steht es weiterhin 3 zu 1. So dass Gladbach immer noch im Spiel war. Doch Hertha hielt den Ball clever vom eigenen Tor fern. Dann Duda und Sommer. Klasse Parade. Der Schweizer Hintermann gegen Schalke konnte er sich richtig auszeichnen. Tolle Paraden auch an diesem Nachmittag. 10 Minuten dann vor dem Ende. Hoffmann nochmal mit der Möglichkeit anzuschließen. Und dann wäre nochmal was drin gewesen. Ja Stein aber ist erstmal dazwischen. Tolle Reaktion. Fisch den dann auch aus der Ecke raus. In der Nachspielzeit gab es nochmal die Möglichkeit für Gladbach. Und Janschke machte das auch. Super Tor. Oben links rein. Aber es brachte nichts mehr. Das war die letzte Aktion der Partie. Hertha kam nochmal mit einem blauen Auge davon. Zum Ende hin ließen sie etwas zu viel Spielraum für die Fohlen. Die sich auch den Punkt vielleicht noch verdient gehabt hätten. Aber es bleibt beim 3 zu 2. Weil in der ersten Halbzeit Hertha einfach vom Kasten eiskalt war. Der FC Augsburg verschenkte einen Sieg kurz vor Schluss am letzten Wochenende gegen Mainz. Aber auch der SV Werder Bremen konnte in der Schlussminute nur einen Punkt am Ende mit nach Hause nehmen. Beziehungsweise zu Hause behalten gegen Nürnberg in der 92. Minute den Ausgleich gefangen. Gute Anfangsphase hier aber der Gäste. Osako gegen Giefer. Und dann prallt ihm der Ball wieder vor dem Fuß. Giefer, der gegen Mainz nicht gut aussah bei den Gegentoren. War hier aber machtlos. Relativ alleine gelassen. Ist noch erst mit einer guten Reaktion. Da kriegt den Ball aber dann nicht richtig geklärt. 10 Minuten gerade mal von der Uhr. Werder Bremen machte richtig Dampf. Florian Kohfeldt hatte ja eine wütende Rede gehalten nach dem Spiel gegen Nürnberg. Das wollte Bremen jetzt möglichst und tunlichst vermeiden. So etwas zu wiederholen und den nächsten Treffer zu erzielen. Sahin super durchgesteckt auf Maxi Eggestein. Der ein super Tor gegen Nürnberg gemacht hatte. Für ihn war es vielleicht aus der Distanz etwas zu einfach. Aber der war wirklich haarscharf vorbei. Und dann nochmal Bremen. Kruse. Hinteregger erst dazwischen. Khedira. Jonathan Schmid mit diesem Fehler gegen Sahin. Kruse letztendlich von Harnik bedient. Aber auch der ging vorbei. Sahin machte übrigens sein Startelfdebüt und machte einen richtig klasse Job. Kiefer hat Glück, dass der hier nicht aufs Tor geht. Und dann 5 Minuten vor der Pause kamen dann auch die Fuggerstädter mal zum ersten ertragreichen Angriff. André Hahn über die rechte Seite. Und Daniel Bayer, der Käpt'n, nimmt selbst in die Hand. Nicht zufrieden mit der Partie von seiner Mannschaft. Jetzt machte er das 1 zu 1. Das kam wirklich aus dem Nichts. Zweiter Durchgang dann etwas verändert. Bremen etwas harmloser und Gregoritsch auf Richter. Bayer aber im letzten Moment noch gestört. Und dann kommt da so ein harmloser Schuss bei raus. Der FC Augsburg nahm ein wenig das Spiel in die Hand. Aber das war auch nur erstmal von Bremen nicht ganz so gut wie im ersten Durchgang. Bayer durchgesteckt auf Max. Er ist völlig alleine, hat viel zu viel Freiräume. Aber Tore vorlegen ist mehr seine Sache. Philipp Max der Links außen scheitert an Pavlenka. Lässt sich vielleicht etwas zu weit nach außen drängen. Und dann ist es kein größeres Problem mehr für Pavlenka. 20 Minuten vor dem Ende wachte dann auch endlich Bremen wieder auf. Das ist Sahin. Durchgesteckt auf Max Kuse und prompt auch das 1 zu 2. Bremen macht es jetzt im zweiten Durchgang. So wie Augsburg in der ersten Halbzeit. Es war unglaublich. Ein Schuss, ein Tor. Zehn Minuten noch zu gehen. Augsburg wollte nochmal ausgleichen. Joffre Jauweleo legt den Ball rüber. Und André Hahn, der mit dem Schuss. Aber Pavlenka hat erst etwas Probleme und kriegt den Ball dann doch noch unter sich begraben. Augsburg verliert verdient mit 1 zu 2. Bremen hätte es aber im ersten Durchgang schon lange festmachen müssen. Im zweiten Durchgang wurde Augsburg stärker. Aber es reichte nicht mehr. Ein moralisch definitiv zufriedenstellendes Resultat am Ende für den VfL Wolfsburg beim 2 zu 2 gegen Hertha. Wo man 1 zu 2 in der 90. in Rückstand geriet und dann doch noch ausgleichen konnte durch Admir Memidi. Der Sportklub Freiburg konnte den ersten Punkt holen beim 3 zu 3 gegen Stuttgart. War ebenfalls dadurch moralisch gar nicht so schlecht drauf. Hier hatte er die erste Möglichkeit. Aber der VfL Wolfsburg dann Höfler hier mit diesem folgenschweren Fehlpass auf Gerhard Steffen weitergeleitet. Wut Wechhorst mit dem Abschluss. Aber Heinz ist dazwischen, passt auf, bügelt den Fehler seines Schlussmanns erstmal wieder auf. Eine halbe Stunde sind wir jetzt etwa in der Partie und dann wacht er auf Freiburg auf. Nils Petersen mit dem Abschluss und tolle Parade von Kuhn Castils. Klasse wie er da fliegt, wie er den rausfischt. Das war ein wuchtiger, ein platzierter Schuss und trotzdem eine sensationelle Parade vom Wolfsburger Schlussmann. Wir springen in den zweiten Durchgang. Wolfsburg wurde stärker und wollte jetzt auf den Treffer drücken. Roussillon in die Mitte und Wut Wechhorst mit dem 1 zu 0. Fünfzigste Spielminute, super Treffer. Etwas Glück ist dabei, lupft den Ball so halb über Spolo hinweg. Der ist chancenlos und kassiert das 1 zu 0. Es passierte dann lange nichts und Freiburg wachte dann mal wieder auf. Knapp 10 Minuten vor dem Ende. Petersen, Petersen wird nicht angegangen, legt rüber, Niederlechner, Knoche und dann ist Castils da und fängt den Ball mit seiner Größe ganz locker weg. Die Partie war aber noch nicht vorbei. Nur fünf Minuten später, wieder Freiburg. Sie wollten das 1 zu 1. Petersen, klasse durchgesteckt auf Mike Franz und der mit dem Ausgleich. Fünfzigste Spielminute, Castils war bedient. Wie konnte Wolfsburg diese Partie noch aus den Händen geben? Es fehlte eben der zweite Treffer. Es gab nochmal eine Möglichkeit, aber für den VfL wieder spät zurückzuschlagen. Maxi Arnold, 89. Minute, gute Freischussposition, aber Gulde war dazwischen und verhinderte das Schlimmeres. Die Wolfsburger Fans hätten sich gerne nochmal einen Erfolg in der letzten Minute anschauen können, aber es reichte nicht mehr. Wolfsburg und Freiburg trennen sich 1 zu 1. Der 1. FC Nürnberg konnte den Bremern trotzen und in der 92. Minute war es dann auch so weit, dass 1 zu 1 und ein gewonnener Punkt auf jeden Fall, wo sogar mal Michael Kölner richtig aus dem Sattel ging. Hannover 96 wartet auf den ersten Saisonsieg, hatte aber auch ein schwieriges Auftaktprogramm. Hier spielten sie richtig gut auf. Asano ist da super rübergelegt und Bebu muss hier klar das 1 zu 0 machen. Neunte Spielminute, tolle Parade von Bredlow. Der ist rechtzeitig unten, aber normalerweise muss so ein Ding sitzen. Ganz klare Sache. 28 Minuten gespielt dann auch Nürnberg. Fuchs ist das, legt nochmal zurück. Hanno Behrens und Leibold. Hannover kommt nicht an den Ball. Wieder Hanno Behrens, wieder Leibold. Hannover 96 ohne Zugriff in dieser Phase. Matteo Spirera, Matteo Spirera super abgelegt oder durchgesteckt auf Petrak. Aber Esser ist da und verhindert das Ding. Aber Nürnberg wurde vor der Pause stärker. Nochmal Kubo reingelegt und der Abschuss von Fuchs. Aber Esser ist da. Gute Parade, 39. Minute. Es stand also zur Pause 0 zu 0. Es war mittlerweile eine Partie, die für den Klub maßgeschneidert war und sie konnten ihre spielerische Klasse aufs Feld bringen. Die Abschlussmöglichkeit. Fuchs erstmal nicht richtig am Ball, dann bekommt er ihn nochmal. Aber Esser ist dazwischen und hält den Ball sogar fest. Der 1. FC Nürnberg wurde stärker. 67. Minute. Hannover 96 bekam ihr Spiel nicht mehr aufs Feld. Anton wehrt den Ball irgendwie ab, aber Kubo fällt der Ball vor die Füße, der legt clever zurück. Und Andrej Petrak mit dem 1-0. Die erste Führung für Nürnberg in dieser Saison. Super Treffer vom zentralen Mittelfeldspieler. Steht halt richtig, aber lupft ihn so an, dass Esser keine Chance hat, den zu parieren. Und nur wenig später. Michael Ischak hat am ersten Spieltag getroffen. Leitet weiter auf Kubo. Und der auf Mateusz Pereira Doppelschlag. Der 1. FC Nürnberg stand kurz vor dem ersten Saisonsieg. Hannover wachte aber 10 Minuten vor dem Ende nochmal auf. Niklas Völkuk erstmal zu Bebu gelegt. Wallace aber dann mit Pech an die Latte. Die Situation war dann geklärt. Es hätte nochmal spannend werden können, aber so etwas Pech für Hannover. Nürnberg fährt völlig für die diesen 2-0-Heimsieg. Ein Hannover 96 hingegen wartet immer noch auf den ersten Sieg in dieser Saison. Der FC Schalke 04 muss jetzt in der Bundesliga liefern. Vierter Spieltag und die ersten Punkte sollten her. Da kam jetzt mit FC Bayern München nicht unbedingt der einfachste Kontrahent in dieser Liga. Und die Münchner hatten richtig Bock auf diese Partie. Lewandowski super durchgesteckt und Robben mit dem Tor für Bayern. Sein sechste Spielminute, sein drittes Saisontor mit rechts trifft den Ball überhaupt nicht richtig. Aber Fehrmann hat Pech. Zwischen Arm und Körper geht der Ball in den Kasten. Etwas abgefälscht, aber der Ball ist drin. 1-0 also für die Bayern. Viertelstunde gespielt. Die erste Möglichkeit von Burgstaller kam dann auch aufs Tor von Neuer. Aber zu harmlos dieser Kopfball ohne den nötigen Druck. 35 Minuten gespielt. Trammes Rodriguez wird nicht angegriffen. Einmal durchgesteckt. Lewandowski aber tolle Parade von Ralf Fehrmann. Super Reaktion. Etwas Glück spielt er auch immer mit. Eine Rolle, aber wenn er sich da so groß macht, ist es für Lewandowski auch schwer. Die Möglichkeit für Schalke im zweiten Durchgang dann in der 49. Minute den Ausgleich zu erzielen. Super Freistoßposition. Herausragend für Caligiuri. Eigentlich, der läuft über den Ball hinweg und Rudi nimmt sich den Ball. Und der war gar nicht mal so ungefährlich. Gut getroffen. Da fehlte nicht viel. Die Mauer springt nicht hoch. Dadurch die Möglichkeit. Macht ein kleines Loch auf. Das wird aber nicht bestraft. Schalke kam gut aus der Pause. Mbolo auf Rudi. Wieder Mbolo. Der Ausgleich wäre jetzt wirklich denkbar gewesen. Der FC Bayern München zog sich etwas zurück. Schlug dann aber eiskalt mal wieder über einen Konter zurück. Und zwar so. Franck Ribéry. 58. 0 zu 2. Schalke die spielbestimmende Mannschaft in diesen ersten 10 Minuten im zweiten Durchgang. Doch Bayern konnte den Treffer markieren. 78. Minute. Die Partie zog sich jetzt so ein wenig. Schalke glaubte dennoch an den Punktgewinn. Uth ist hier im Abseits mit dem Key. Das ist richtig gesehen. 87. Minute. Und Schalke glaubte wirklich dran. Und sie glaubten so dolle dran, dass Naldo das 1 zu 2 machte. 87. 1 zu 2 nur noch. Neuer war bedient. Super gemacht von Naldo. Platzabnahme. Und die Möglichkeit für Schalke nochmal in der Nachspielzeit. Marc Uth auf Bentaleb. Rudi scheitert an Neuer. Burgstaller an der Latte. Die Situation noch nicht geklärt. Rudi nochmal auf Baba. Und dann hatte Neuer den Ball unter sich begraben. Was für eine Situation in der Nachspielzeit. Das hätte für Schalke das verdiente 2 zu 2 sein können. So vergeben sie diesen Punkt. Bayern und Manuel Neuer vor allem hält diesen Punkt am Ende in den Händen fest. Schalke schlägt sich gut, aber unterliegt dem deutschen Rekordmeister mit 1 zu 2. Bayern 04 Leverkusen hätte sicherlich damit gerechnet, ungefähr die Punkteausbeute von Mainz nach 3 Spieltagen zu haben. Neblich 7 Punkte oder zumindest der ein oder andere wäre nett. Es sind ja bislang nur 0 auf dem Konto der Werkself. Die erste Möglichkeit gehörte hier auch den Gästen. Mateta von Brosinski bedient. Der mit dem Kopf aber an Radetzky noch verzweifelt. Wenig später dann auch Leverkusen das erste Mal offensiv zu sehen. Vorland wird nicht angegriffen im Mittelfeld. Alario legt auf Dominik Coa und der mit dem Abschluss. Aber kein Problem für Müller. Der fängt den Ball mit den Händen, schmeißt sich dann drauf. Die Anfangsphase war unterhaltsam. Leverkusen wollte das 1 zu 0. Vorland quer rübergelegt zu Alario. Aber der verzieht etwas und macht damit nicht den 1 zu 0 Führungstreffer. Man hat ja auch gegen Wolfsburg geführt. Am Ende verlor man hier zu Hause mit 1 zu 3. Mainz versteckte sich aber nicht. Baku clever reingelegt auf Mateta, der in die Mitte. Und Robin Quaisson hat einfach Pech. Und Onizivo scheitert am überragenden Radetzky. Super Aktion der Mainzer. Das hätte es sein müssen. Das hätten sie sich in der Situation vor allem auch verdient gehabt. Letztendlich tolle Parade von Radetzky, der das 0 zu 1 verhindern konnte. Noch mal vor der Pause, beziehungsweise noch nicht mal eine halbe Stunde gespielt. Dann noch mal Leverkusen. Bayley über die rechte Seite scheitert erstmal an Nia Catea. Aber Havertz ließ den Ball von der Straße auf. Havertz wird nicht richtig angegriffen. Eine Körpertäuschung. Der Abschluss ist dann aber zu schlecht. Gute Aktion bis dahin von Kai Havertz. Doch dann eben selbst nicht dafür belohnt. Für diese gute Situation. Zweiter Durchgang. Die erste Möglichkeit von Maxime. Direktabnahme. Flattert ein bisschen. Aber Radetzky wirft sich auf den Ball. Mainz wollte hier das 0 zu 1 erzielen. Weil Leverkusen absolut verwundbar war an diesem Nachmittag. Mal wieder muss man ja sagen. Mateta mit dem versuchten Abschluss. Jonathan Tave kam ein Bein dazwischen. Sodass es nicht heiß wurde. Aber Leverkusen machte wirklich einen ganz komischen Eindruck an diesem Sonntagnachmittag. Unisivo mit dem Kopfball. Es gab immer wieder Abschlüsse für die Mainzer Gäste. Es sollte aber noch nicht dazu kommen, dass sie hier treffen. Der Kopfball war auch weit vorbei. Jedwey muss nicht mehr ran. 65. Minute. Jetzt zweiter Durchgang. Schon 20 Minuten am Laufen. Und dann kam Leverkusen endlich mal wieder Volland. Brusinski mit dem Fehler. Schießt da Brandt an etwas. Das sinnbildlich, dass nur durch sowas mal Gefahr entstehen konnte. Brandt und seine komplette Elf wirklich wie von allen Sinn. Viertelstunde vor dem Ende. Bayern 04 wachte etwas mehr noch auf Alario Müller. Aber auch das ist fast eine Rückgabe. Den kann Müller eigentlich sogar festhalten. Wert ihn zur Ecke ab. Immerhin Abschlüsse. Aber Leverkusen und Heiko Ehrlich dürften wieder mit diesem Auftritt nicht zufrieden sein. Es gab noch mal die Möglichkeit für Leverkusen das 1 zu 0 und den schmeichelhaften Sieg einzufahren. Aber auch das war wieder viel zu wenig. Julian Brandt legt den Ball zurück. Aber Müller hält das 0 zu 0 fest. Mainz hätte vielleicht sogar einen Sieg verdient gehabt. Kann aber mit diesem 0 zu 0 sicherlich auch sehr gut leben. Der Abschluss des vierten Spieltages fand in der Commerzbank Arena statt. Eintracht Frankfurt traf auf Rasenballsport Leipzig. Und die Frankfurter hatten hier nach 21 Minuten dann auch die erste Möglichkeit. Kostic auf Sebastian Alea. Super Abschluss. Konat T war noch dazwischen. Leipzig war nicht gut in der Partie. Bis zur 24. Minute, wo sie dann auch mal aufwachten. Kevin Kampel über die linke Seite. Dreht sich zu einfach in den Strafraum rein. Und Forsberg kommt von hinten angeraust. Schließt aber zu schwach ab. Der Ball geht links am Kasten vorbei. Kevin Trapp muss nicht eingreifen. Aber Frankfurt auch wieder mit Nadelstich nach vorne. Mijad Gacinovic schöner. Lupfball auf Kostic. Der legt sich den Ball nochmal zurück. Und in der Mitte ist Luka Jovic da und macht das 1 zu 0. 28. Spielminute. Die verdiente Führung zu dem Zeitpunkt für Eintracht Frankfurt. Leipzig wollte das aber nicht auf sich sitzen lassen. Rangnick kann mit der Saison bislang auch nicht zufrieden sein. Auch wenn letzte Woche der erste Sieg eingefahren wurde gegen Hannover. Jetzt kam sie hier. Follett bringt den Ball vor die Füße von Timo Werner. Das unglückliche 1 zu 1. Fünf Minuten vor dem Pausenfiff. Werner steht einfach richtig und hält den Fuß hin. Das hätte Follett anders lösen müssen. Und Leipzig kam nochmal vor der Pause. Wollte die Partie drehen. Paulsen mit der Flanke und Kampel mit dem Kopf. Andersrum wäre diese Kombination wahrscheinlich noch etwas gefährlicher gewesen. Paulsen mit seiner Größe hätte da sicherlich noch einen besseren Kopfball setzen können. Stunde jetzt knapp gespielt und Frankfurt wollte das 2 zu 1 wiederum erzielen. Die Hütte hatte wohl die richtigen Worte im zweiten Durchgang. Beziehungsweise für den zweiten Durchgang gewählt. Hier scheitert aber Kostic an Gulaschi. Dann Abraham hier mit dem Fehler. Vorsberg bekommt den Ball, legt ihn in die Mitte und Sabitzer, der an Trapp scheitert. Knapp 20 Minuten vor dem Ende war es eine völlig offene Partie. Beide Richtungen hätten sicherlich die Tore verdient gehabt. Kevin Trapp aber hier verhindert. Jetzt der anschließende Eckstoß. 69. Reingetreten. Paulsen hält den Ball irgendwie im Spiel. Lucas Toro fälscht unglaublich unglücklich vor die Füße von Nordi Mokiele ab. Der Franzose macht sein erstes Bundesliga-Tor. Muss nur noch den Kopf mehr oder weniger hinhalten. So und somit das 1 zu 2. Doch wer glaubte Frankfurt ließe sich davon beeindrucken. Hatte die Rechnung ohne David Abraham gemacht. Vor der Ecke, die zu dem Treffer führte, machte er einen Fehler. Und jetzt machte er das 2 zu 2 und glich damit aus. Und es gab in der 90. Minute die Möglichkeit für Frankfurt, das Ding hier sogar noch komplett umzudrehen. Kostic mit dem Freistoß. Der war wirklich nicht schlecht getreten. Da fehlte ziemlich wenig. Also nicht das 3 zu 2 für Frankfurt. Gulaschi wäre eventuell aber auch im gefährdeten Eck gewesen. Wenn man sich die Bilder so anschaut. Da Costa war nicht zufrieden mit der Situation, weil jetzt die Möglichkeit für Leipzig nochmal aufkeimte. Kampel auf Forsberg. Déjà-vu für Frankfurt. 96. Spielminute. Und der sicher geglaubte Punkt wird einem doch noch aus den Händen gerissen. Das war brutal für Eintracht Frankfurt. Leipzig sichert sich in der 6. Minute der Nachspielzeit doch noch den Sieg. Der ist schmeichelhaft. Nicht unverdient, aber zu dem Zeitpunkt mehr als glücklich. Leipzig entführt also 3 Punkte aus Frankfurt, die sich mal wieder für eine gute Partie nicht belohnen können. So, das war die Prognose zum vierten Spieltag. Hier seht ihr die Ergebnisse mal im Überblick. War mal schön torreich einigermaßen, vor allem in manchen Partien. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung und oder ein Abo auf jeden Fall freuen. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Gleich werden auch noch meine Tipps eingeblendet und die Tabelle zu den Ergebnissen. Würde mich, wie gesagt, freuen, wenn ihr mittippen würdet. Ansonsten bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.